Das Lied der Parzen Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht, Sie halten die Herrschaft in ewigen Händen Und können sie brauchen, wie's ihnen gefällt. Der fürchte sie doppelt, den je sie erheben, Auf Klippen und Wolken sind Stühle bereitet Um goldene Tische. Erhebet ein Zwist sich, so stürzen die Gäste Geschmäht und geschändet in nächtliche Tiefen Und Harren vergebens im finstern gebunden Gerechten Gerichtes. Sie aber, sie bleiben in ewigen Festen An goldenen Tischen, sie schreiten Vom Berge zu Bergen hinüber. Aus Schlünden der Tiefe dampft ihnen Der Atem erstickter Titanen, Gleich Opfergerüchen, ein leichtes Gewölke. Es wenden die Herrscher ihr segnendes Auge Von ganzen Geschlechtern Und meiden im Enkel Die ehemals geliebten stillredenden Züge Des Ahnherrn zu sehen. So sangen die Parzen Es horcht der Verbannte in nächtlichen Höhlen Der Alte die Lieder Denkt Kinder und Enkel Und schüttelt das Haupt Das Lied der Parzen Die Parzen sind die Schicksalsgötter In der römischen Mythologie. In der klassischen Dichtung tauchen sie auch gerne Als Personifikationen des Schicksals selber auf. Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht Sie halten die Herrschaft in ewigen Händen Und können sie brauchen, wie's ihnen gefällt. Wir haben es hier nicht mit der Rede Eines allgemeinen Sprechers zu tun, Sondern mit einem Lied, An das sich Iphigenie im Drama Iphigenie auf Tauris erinnert. Sie ist ein Nachkommer des Tantalidengeschlechtes, Dessen Urahn Tantalos bei den Göttern in Ungnade fiel. Der Fluch trifft das ganze Geschlecht. Das Lied spricht zunächst von der Willkür, Die die unbeschränkte Macht den Göttern ermöglicht. Der fürchte sie doppelt, den je sie erheben. Auf Klippen und Wolken sind Stühle bereitet Um goldene Tische. Eine Anspielung auf das Schicksal des Tantalos, Der die Götter in beispielloser Weise herausgefordert hatte. Tantalos war in Wirklichkeit nicht so ganz unschuldig. Im Lied wird sein Schicksal aber als Beispiel formuliert Und damit so verallgemeinert, Dass wir das Gedicht als Reflexion über das Schicksal Als solches darin lesen können. Das kann also auch anderen passieren. Man wird vom Schicksal zunächst erhoben. Erhebet ein Zwist sich, So stürzen die Gäste geschmäht und geschändet In nächtliche Tiefen Und harren vergebens im finstern gebunden gerechten Gerichtes. Inwieweit Tantalos nicht doch gerechtes Gericht traf, Kann zumindest diskutiert werden. Er hat immerhin, um die Götter herauszufordern, Seinen eigenen Sohn getötet. Dieses Lied hier aber gewinnt seine Stärke daraus, Daß man es verallgemeinert. Wer hoch steigt, kann mindestens so tief fallen, So singen die Partzen, und gerecht ist das nicht. Sie aber, sie bleiben in ewigen Festen An goldenen Tischen, Sie schreiten vom Berge zu Bergen hinüber. Den Göttern passiert so etwas nicht, Sie sind immer oben. Aus Schlünden der Tiefe Dampft ihnen der Atem erstickter Titanen Gleich Opfergerüchen ein leichtes Gewölke. Die Titanen sind auch Opfer der Götter Und von ihnen unentrinnbar in die Unterwelt gestürzt. Auch als erstickte haben sie einen Atem, Denn sie sind ja Unsterbliche. Aber dieser Atem erinnert die Götter Nur an ihren Triumph, Und erfreut sie offenbar als leichtes Gewölke, Ebenso wie der Rauch der Opfergaben. Es wenden die Herrscher ihr segnendes Auge Von ganzen Geschlechtern Und meiden im Enkel die ehemals geliebten Stillredenden Züge des Ahnherrn zu sehen. Ganzen Geschlechtern wird also der Segen entzogen. Ein Nachkomme, ein Enkel aus einem solchen Geschlecht Muss noch unschuldig sein, Und er trägt ja die Züge, Also die Ähnlichkeit im Gesicht Mit demjenigen, der einmal geliebt wurde Und dann in Ungnade fiel. Die Götter meiden seinen Anblick, Um sich nicht erweichen zu lassen. So sangen die Parzen. Hier deutet sich eine vorsichtige Distanzierung an, Wenn Iphigenie sich an die Urheber dieses Gesanges erinnert. Man muss es also selbst nicht unbedingt so wie diese sehen. Es horcht der Verbannte in nächtlichen Höhlen, Der Alte die Lieder, Denkt Kinder und Enkel Und schüttelt das Haupt. Der Verbannte, Der Tantalus sein könnte, Hat aber doch guten Grund, An der Gerechtigkeit der Götter zu zweifeln, Wenn Kinder und Enkel Ebenfalls für seine Tat zu büßen haben. Iphigenie selbst ist aber noch nicht ganz hoffnungslos, Was die Gerechtigkeit der Götter angeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.